Hier ist doch nur ein Stück übrig geblieben Hier müssen wir dann auch mal schauen nachher mit den Treppen Bisschen komisch Ach ich bin wieder so ein idiot Dann kann ich hier runter Das ist eine schlechte Idee So lange ich immer so schnell ablenke Also ich will was machen Und dann eine Minute drauf habe ich wieder vergessen Weil ich mich abgelenkt habe Ey furchtbar So die können wir auch mal mitnehmen Die brauchen wir dann glaube ich gleich Und dann gehen wir jetzt mal wieder hoch Und bauen den Boden da oben fertig Aber ich glaube das wird ganz gut aussehen Also habe ich keinen bedenken Dass das irgendwie scheiße aussehen könnte oder so Ich glaube das klappt Aber ich glaube ich gleich hier richtig ausraste wegen meiner Maus Also meine Fresse ist doch nicht mehr normal Das ist nicht mehr normal Die wechselt einfach Das Mausfahrt ist ultra sensibilitätsreich Ja Einmal kurz gegen kommen Und ey du bist auf dem Mond Und die rechts taste wird einfach als links taste angesehen Ey da könnte ich ausrasten Junge Im Ernst jetzt ne Du bist gleich an der Mauer Du bist gleich an der Mauer Boah! Ich schwör ist dir ey Es gehtse Hahaha Trolalalalala Also Also Okay es ist kein Holz mehr da Hast du Glück gehabt Hast du Glück gehabt Ich war schon in Schussposition So ähm ihn was essen da sollte jetzt ganz schnell gehen Dschungelbaum wo ist der? der nächste da hinten oh der dahinter wird jetzt gefällt oder ne der ist näher dann holen wir den wir sind G-Foul und weg mein Gott kriegt man da für einmal viel das ist richtig geil so jetzt haben wir einen Riesenbaum abgefällt sehr schön das reicht auch mal für das erste denke ich mal und dann können wir jetzt unser Haus hier fertig bauen gehen gut dass ich das da jetzt gerade gesehen habe können wir das dann eben noch nachbauen hm ist ok oder ja doch kann man so gehen lassen sein lassen doch doch das geht schon wobei hm wir gerade waren am überlegen aber ich glaube das wird nix ich wollte da jetzt gerade nochmal so irgendwo mit Treppen rumspielen gehen aber lassen wir das erstmal lieber einen Moment so mal eben niesen und ich glaube ich muss gleich nochmal ich habe irgendwie ich muss immer zweimal niesen ist voll komisch voll krank aber ist halt so so ähm ich habe leider keinen Mute-Button am Mikro ja das pisst mich eh schon seit langem an ähm ich kann quasi mein Stand-Mikrofon nicht muten das ist echt ein bisschen doof aber kann man nix machen geht halt einfach nicht so diesmal muss ich eigentlich komischerweise keine zweimal niesen das ist bestimmt deswegen der Aufnahme ohne Scheiß ähm zuhause haben wir gesetzt das weiß ich äh jetzt hier das wollte ich halt nicht sagen so jetzt müssen wir aber hier mal ne kleine Raumtrennung rein machen und zwar kommt so jetzt kommt hier ne Tür rein genau so sogar wichtig gebaut einmal hier kommt dann auch noch ne Tür rein so Stein ist Ende dennoch können wir jetzt eigentlich mal hier kommt natürlich der Balkon hin wie ich schon gesagt habe habe ich noch nicht gesagt habe ich noch nicht gesagt ich weiß nicht aber hier kommt jetzt ein Balkon hin habe ich mal soeben beschlossen und äh ne ne der wird auch nicht da mitgebaut genau das war schon falsch ich habe schon gedacht irgendwas stimmt dann jetzt mal wieder so ich lebe hier gerade ganz gefährlich genau und dann kommen wir einfach hier rum hier kommt jetzt auch so wieso nochmal Steinruft ne genau so kannst du da jetzt ruhig mal so machen hoppla hier noch meine Fresse ich verdrück mich jetzt hier die ganze Zeit auf die diesmal war ich jetzt wohl mich verdrück gehabt ne die Maus und hier kommt ja dann sowieso nochmal alles klar sollte klappen sollte klappen ich habe schon ein Enderman gespawnt sehr schön und dann gehen wir jetzt erstmal ne Runde knacken äh Tür 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 da unten oh Gott hoffentlich gespawnt hier kein Creeper äh das war auf jeden Fall scheiße das war auf jeden Fall scheiße so wieviel Uhr haben wir halb zwei alles Roger kann ich noch ein bisschen aufnehmen ähm Stein habe ich das irgendwie noch in eine Kiste gepackt oder haben wir jetzt wirklich keins mehr äh nein 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 Ja Hatten wir schonmal Nein Nein Okay nein Und Nein 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 Verdammte Axt Nein Da müssen wir in die Steinmine Sind hier irgendwo Monstern Nein Sind keine Steinmine Wuhu Wollte ich schon ordentlich tief mein lieber Junge Na die haben wir auch schon ordentlich bisschen Hier haben wir schon ordentlich Stein rausgeholt Aber den haben wir ja auch schon wieder verbaut Ja ja Stein ist so ne Sache Muss man einmal sammeln dass man richtig viel hat Und dann irgendwie geht das automatisch So Fakern haben wir auf jeden Fall genug dabei So das war jetzt nicht im Einkauf Das war die Musik die so komisch Geräusch gemacht habe Hier ist also keine Höhle Zumindest noch nicht Hoffe ich zumindest So machen wir mal hier ein bisschen Erde weg Auch wenn wir eigentlich nicht viel Erde hier hingekommen sind Trotzdem ich werde hier immer schön Gerade halten Dann ist das am schönsten irgendwie Weil wirklich schön ist halt nie Aber egal Ordnung muss sein und so ne Hausmeister Krause Sau lustige Jugend Das kommt aber nicht mehr glaube ich Habe ich früher mal voll gerne geguckt Eisen Jawoll Hausmeister Krause war auf jeden Fall eine der besten Comedy Shows Die ich jemals gesehen habe Muss ich ganz ehrlich sagen Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben Wie ihr die sendet und fandet Wenn ihr die überhaupt gekannt habt Ich glaube die ist doch schon ein bisschen älter So jetzt muss ich nochmal niesen Ich hoffe man hört das an dem Mikrofon Also ich versuche mich immer wegzudrehen Aber wie gesagt ich habe keinen Mute Button in meinem Mikrofon Oder an meinem Mikrofon besser gesagt Und das ist halt ein bisschen doof So hier ist jetzt aber ganz viel Erde Das ist natürlich doof Das scheint aber auch größtenteils mit der Erde gewesen zu sein Und jetzt kommt hier wieder Stein zum Vorschein Das ist sehr schön Wie Stein haben wir dann jetzt mittlerweile 61 Das reicht natürlich noch bei weitem nicht Wir brauchen mindestens noch 3-4 Stacks Wie gesagt mindestens Sprechen da eher mit mehr So die sind leider voll Achja Vorbereitung Vorbereitung Äh was kann man da weg machen Dann brauche ich nicht Also ich baue mir quasi nie TNT Wahrscheinlich wenn wir mal einen Bahnhof oder so bauen Und dann eine Strecke Dann können wir ein bisschen TNT gebrauchen Aber davor Ah 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 So fackel bitte Danke Die Maus spielt wieder Mein Gott warum muss hier so viel Dreck sein Ich will keinen Dreck So jetzt ist wieder ein bisschen mehr Stein da Sehr schön Mal proben wir wie viel Ebene Weil Trecken werden wir auch ganz gut gebrauchen So schlecht ist das gar nicht So jetzt haben wir hier nochmal Eisen Sehr schön Ja das hier ist schon praktisch Da kriegt man Stein und Rohstoffe in einem Find ich cool Ja und da ist jetzt auch noch Kohle Hab ich Platz für Kohle? Nein Boah ich hab mich grad voll erschreckt Ähm so Ich muss jetzt hier aber raus aus der Dings Da aus der Höhle Denn ich hab keine Axt mehr Gar nichts mehr Nur noch ein Schwert und eine Schaufel Und äh ich würde einfach sagen Nun wieder dieses Holz Bleiben wir diesem Stil treu Und fangen dann einfach mal Hopla Oh Gott hier mit der Maus jetzt hoch Das wird ganz lustig Ja wie gesagt das wird ganz ganz lustig So 8 Oh ja das wird lustig Oh ja das wird lustig Das wird lustig verdammte Scheisse Ey man das ist doch nicht normal Also jetzt switch ich gleich Hold on Hold on Thin da Und dann Und dann Und dann Und dann